Hallo und herzlich willkommen auch zu unserem sogenannten Black Friday. Heute ist deine Riesenchance. Heute kannst du richtig, richtig viel Geld sparen, wenn du mit uns zusammen auch das nächste Jahr richtig durchstarten möchtest in der Sportsbetting Akademie. Und zwar habe ich einen Gutscheincode für dich erstellt, der dir 20% vom Gesamtpreis hier reduziert. Und du kannst hier zum Beispiel alles von mir einzeln auch buchen. Der Masterzugang beinhaltet alles. Und dann kannst du zum Beispiel auch noch die einzelnen Rechner, die du vielleicht schon von mir kennst, einzeln buchen. Oder so wie das halt aufgebaut ist bei mir. Und jetzt ist halt hier ein heißer Tipp für dich, wenn du jetzt da dir das überlegst und auch schon dabei bist, auch für die, die schon dabei sind, gilt das natürlich. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das eventuell auf ein Jahresabo abzugrehen. Das heißt, da sparst du dir dann richtig viel Geld aufs Jahr gesehen und kannst jetzt da hier nur heute mit der Aktion, die geht jetzt da bis 29.11. um 23.59. Also wenn der Tag vorbei ist, dann gibt es diese Aktion nicht mehr. Und nächstes Jahr werden die Preise dann dementsprechend auch angepasst. Weil wir haben jetzt sehr viel wieder für euch dazu entwickelt und werden dann hier auch die Preise dementsprechend dann hier nach oben hin korrigieren. Und somit ist jetzt eine Riesenchance, dass du da jetzt da richtig für dich Geld sparen kannst für das kommende Jahr. Und hol dir jetzt deinen Bonus, also deine Vergünstigung. Und für alle, die was zum Beispiel schon, was wir mir gebucht haben, zum Beispiel auf Monatsbasis oder Halbjahresbasis zum Beispiel oder Quartalsweise, meldet euch bei mir, schreibt mir eine E-Mail und sagt, hey Daniel, ich möchte da ein Upgrade machen. Ihr bekommt zu mir einen ganz speziellen Link, wo das dann funktioniert. Das heißt, wenn du zum Beispiel schon irgendwas gebucht hast bei mir, wird das angerechnet und dann dementsprechend der Preis reduziert. Das, was du schon bezahlt hast, wird schon reduziert. Und on top natürlich kannst du noch einmal die 20% dann für dich holen. Aber dafür musst du mir bitte kurz eine E-Mail schreiben, weil ich dann dir einen ganz speziellen Link schicken muss, damit das funktioniert. Also in diesem Sinne, ich hole dir jetzt diese Möglichkeit. Jetzt ist diese Chance da. Und ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg mit den Inhalten von der Sportsbetting Academy. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Es ist Black Friday, jetzt geht es los. Ein Deal, der knallt, das Angebot ist groß. Master Zugang, Live Coaching dabei. Hol dir den Vorteil, sei schlau, nicht scheu. Valuetten, Rechner, alles am Start. Schuhe betools, die machen dich smart. Das Wettjournal, dein bester Plan. Sichere den Zugang, fang heute an. Spare 20%, das ist der Clou. Investiere in dich, jetzt bist du im Nu. Bereit fürs Jahr voll durchzustarten. Setz auf Erfolg, lass es nicht warten. Hol dir jetzt den Zugang, sei bereit. Black Friday, nur bis Mitternachtzeit. Profitiere, gewinne, mach dich klar. Sportsbetting Academy, dein neues Jahr. Hol dir jetzt den Zugang, sei bereit. Black Friday, nur bis Mitternachtzeit. Zögere nicht, greif deinen Vorteil. Denn nächstes Jahr wird der Preis dann steil. Hast du schon gebucht? Kein Problem, schreib ne E-Mail, es bleibt bequem. Persönlicher Link, alles parat. Auch du bekommst den Black Friday Rabatt. Mach dich bereit, starte durch. Das Wissen hier ist echtes Gold wert, ohne Furcht. Trading Rechner, welche im Blick. Mit diesem Angebot hast du den Kick. Spare 20 Prozent, das ist der Clou. Investiere in dich, jetzt bist du im Nu. Bereit fürs Jahr voll durchzustarten. Setz auf Erfolg, lass es nicht warten. Lass es nicht warten. Hol dir jetzt den Zugang, sei bereit. Black Friday, nur bis Mitternachtzeit. Profitiere, gewinne, mach dich klar. Sportsbetting Academy, dein neues Jahr. Hol dir jetzt den Zugang, sei bereit. Black Friday, nur bis Mitternachtzeit. Zögere nicht, greif deinen Vorteil. Denn nächstes Jahr ein. Mach dein Spiel, bau dein Glück. Das beste Angebot kommt jetzt zurück. Nur noch heute, dann ist Schluss. Hol dir jetzt deinen Zugang, oh yeah. Hol dir jetzt den Zugang, sei bereit. Black Friday, nur bis Mitternachtzeit. Profitiere, gewinne, mach dich klar. Sportsbetting Academy, dein neues Jahr. Hol dir jetzt den Zugang, sei bereit. Black Friday, nur bis Mitternachtzeit. Zögere nicht, greif deinen Vorteil. Denn nächstes Jahr. Sportsbetting Academy, deine Chance. Nutz den Deal, geh in die Balance. Mach den Move, es ist dein Tag. Hol dir den Zugang, es ist dein Schlag.